Jo Leute und Herzlich Willkommen zu einem weiteren Pack-O-Booling und ja heute machen wir Silber-Sets auf, denn wie ich finde gibt es richtig geile Spieler im Team of the Week die Silber sind, deshalb machen wir heute ein paar Silber-Sets auf wir fangen mit dem ersten an überspringen und haben drin nichts so, nächstes Set wiedermals Antoine Griezmann und der bringt uns nicht Mario Airspieler diesmal nicht Antoine Griezmann sondern Higuain und der bringt uns überspringen Mariano die Mauer mit so nächstes Set Hazard bringt uns herbringt uns Kaschina und ein Gold-Verträger-Set Läuft auf jeden Fall Läuft auf jeden Fall so, alle war No-Spec so und der bringt uns hat dann so, nächstes Set diesmal wollen wir mal ein Miss me, Miss me, Miss me Patrick Mir ist alles ich委 G t, meinst, Bernd als ja dann und dann aber die Haare so diesmal hauert stehen auf drehen uns um und schließen die Augen so kleiner Cut und hier ist drin Herrera naja so zweitletztes Set vor Eidwine wir springen und haben nichts drin letztes Set vor Eidwine klack so was haben wir drin so und Menes was ist nichts wert so ja dann würde ich sagen was das von diesem Pack opening und ja wir sehen uns in den